Ukrainische Streitkräfte wurden gefilmt, als sie einen russischen Militär-Treklier in schockierendem Filmmaterial in die Luft jagten. Ein Overhead-Video, das von Settiert Force Ateligrem-Account veröffentlicht wurde, zeigte Artilleristen der 79. Separate Air-Asold-Brigade, die russische BAT-2-Fahrzeuge angreifen. Der BAT-2 ist ein gepanzerter Treklier, der zum Räumen und Planieren von Straßen und Gleisen verwendet wird und laut Militariete die planierte Gleise über verschiedenes Gelände und Schnee fahren kann. Der Clip zeigte einen Artillerieschlag, der die russischen Fahrzeuge zerstörte, wobei das Video eine Rauchwolke zeigte, die nach dem ersten Aufprall aufstieg. Es schneidet dann zu einem separaten Clip desselben Fahrzeugs, das jetzt explodiert ist und den Boden unter sich in Brand gesteckt hat. Die 79. Separate Air-Asold-Brigade ist in Mykolaiv stationiert und nahm bereits 2014 am Aufstand im Donbass teil. Es kommt, nachdem ein separates Overhead-Video veröffentlicht wurde, das zeigt, wie ein russisches BMP-2 gefilmt wird, wie es von der 40. Artilleriebrigade der Ukraine in die Luft gesprengt wird. Der Panzer wird zuerst getroffen, während er sich im Wald versteckt, wo er in Flammen aufgeht. Es flieht dann verzweifelt vom Tatort, während Rauch aus seinem Heck raufsteigt. Nach kurzer Zeit scheint die russische Besatzung das Fahrzeug verlassen zu wollen, da es weiter brennt.